Für die Immunabwehr sind weiße Blutkörperchen zuständig. Neben den Makrophagen, den Fresszellen, sind die Lymphozyten die wichtigste Gruppe der Immunzellen. Während die T-Lymphozyten Eindringlinge direkt angreifen, bilden die B-Lymphozyten Antikörper gegen diese. Für die Immunabwehr sind weiße Blutkörperchen zuständig. Neben den Makrophagen, den Fresszellen, sind die Lymphozyten die wichtigste Gruppe der Immunzellen. Während die T-Lymphozyten Eindringlinge direkt angreifen, bilden die B-Lymphozyten Antikörper gegen diese. Für die Immunabwehr sind weiße Blutkörperchen zuständig. Neben den Makrophagen, den Fresszellen, sind die Lymphozyten die wichtigste Gruppe der Immunzellen. Während die T-Lymphozyten Eindringlinge direkt angreifen, bilden die B-Lymphozyten Antikörper gegen diese.